Hallo Leute, was geht? Master 27 und ich will euch mal einen wunderschönen Tag wieder wünschen, ja, jetzt gab es eine Zeit lang, in drei Wochen weiß ich glaube ich, ist leider nichts mehr gekommen, weil ich hatte jetzt extrem viel zu tun und mir wurde ein Kommentar geschrieben, dass ich da anfangs so viel reden soll, deshalb komme ich relativ schnell gleich zur Sache, es tut mir leid, wollte ich noch dazu sagen und jetzt werden, ja, ein bisschen Zeit, ein bisschen regelmäßig ich werde schauen, dass das wieder korrekt und munter läuft und ja diesmal genießt einfach die Master 27 Folge mit seriösen Antworten und seriösen Sachen ja und es geht los, meine lieben Freunde und jetzt kommt gleich ein Schnitt yay ja und wir sind jetzt zurück nach diesem kleinen Schnitt und ja, vielleicht habt ihr schon gehört ich bin noch ein bisschen verkältet, wollte ich dazu sagen, aber wie wichtig ist, heute machen wir technisches Zeichnen wieder ja, dafür habe ich hier etwas vorbereitet aus meiner technischen Zeichnungserfahrung ja und das ist ein ganz normaler Wohnungsplan also hier, falls ihr es nicht sehen könnt, also wenn ihr nicht auf HD schaltet hier ist der Eingang und Toilette, WC und alles hier schön aufgelistet und alles super für euch vorbereitet und da wollte ich euch nur solche kleinen Sachen sagen, wie was noch fast schnell ist also hier seht ihr das nochmal hier so anfassen, dass ihr es seht wichtig ähm ja das könnt ihr noch lesen schnell damit ihr auch noch mehr wisst, also die Leuchte X Schutzkontakte Steckdose, so ein komisches anderes Zeichen, Lichtschalter, wieder ein komisches Zeichen, Steckdose für Nachrichten und so da 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 ja Anrichte, Nachttisch Stromkreis, bla 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 Atene von und Atene und so alle schön gelesen und ja tja das war's hauptsächlich, nein und da habe ich hier auch schon angefangen einen ähnlichen Plan zu zeichnen also dafür brauche ich jetzt nur eine weiße Unterlage und ich weiß nicht genau ob man es dann sieht, aber ich hoffe schon hier halt das Gebäude relativ fast gleich wie hier und ja das Wichtige hierbei ist immer zu beachten gewisse Sachen, also die Wände also wie gesagt, das ist eine Wohnung ja da habt ihr nur begrenzten Raum zur Verfügung also am besten Teil, versucht ihr am besten Platz sparen wie möglich zu sein am wichtigsten ist, wie dick die Wände und alles sind dicken Wände ja, das sind die äußeren die Scheiben werden auch doppelt gemacht und Heizkörper werden hier, hier ist ein Heizkörper und hier unten ist ein Heizkörper gestrichen das wichtigste, absolut, überhaupt in dem ganzen Ding sind die grundlegenden Sachen anzuhalten, zum Beispiel hier alles was wird ein, sozusagen, x gekennzeichnet ist, so wie hier und hier ist ein Schrank, okay also, x bedeuten immer Schränke hier wäre zum Beispiel hier oben, da fahre ich ein bisschen runter ja, hier oben wird zum Beispiel eine Blumenwand dargestellt also macht ihr das hier für den prinzipiellen Grundboden, der Topf halt und solche Schlangenlinien überall rum und das stellt bereits das da also die Pflanzen und dann hier drüben ist ein Heizkörper auch wieder mit einem Strich neben der Wand beachten falls ihr noch Fragen habt dazu noch zusätzlich also die genauen Millimeter und das Ganze falls ihr das fragen wollt, noch genau schreibt es mir in die Kommentare dann werde ich sehen, was ich da schnell noch tun kann ich glaube, ich werde die Folge aber nicht technisches zeichnen blablabla nennen das wird dann noch ein bisschen später kommen und so und ja hier geht es nun mal wieder weiter und ja, Küche wäre noch oft so wie Geschirrspüler das ist der Geschirrspüler hier ja hier und Waschmaschine wird auch in den Kreis dargestellt Geschirrspüler wird dargestellt in den, in diesem Kreis noch hier an der Seite überall solche Striche hingemacht werden so werden dann die Geschirrspüler dargestellt Elektroherd kann auch jeder andere Herd sein jeder kennt von sich so aus diese Herplatten und so ja prinzipiell gibt es zu diesen ganzen hier nur relativ wenig zu sagen man kann natürlich sagen, hier sieht man zum Beispiel ein Lichtschalter wieder beim Eingang prinzipiell, falls ihr dabei irgendwelche Fragen habt könnt ihr mich sie gerne stellen von überhaupt Haus und so fürs Zeichnen und so von zum Beispiel, ihr wollt privat zum Beispiel ihr wollt ein Haus bauen das glaube ich irgendwie nicht so richtig aber vielleicht gibt es welche dabei so in etwa wird dann der Haus bauen natürlich wird dann auch um einiges präziser sein wie das was hier jetzt liegt aber das macht jetzt nicht einen groben Unterschied vielleicht macht das mal jemand so so nebenbei dafür würde ich empfehlen so ein Abbausblatt holen und mal so wird auch so einen einfachen Plan anfangen das ist eigentlich theoretisch nur hier drüber gelegt waren von mir und dann hier mal los das war mal die Grundskeits jetzt zieht man das nur leicht in schieferer Art und Weise aber prinzipiell war es das auch schon ich habe hauptsächlich die Grundwände benutzt also ich habe es für mich am besten die Wohnung eingerichtet also hier oben ist noch ein externer Aktenraum weil ich zu viel Platz gehabt habe ja könnt ihr euch mal selbst versuchen daran und mal sehen was da alles rauskommt ist kann ich wirklich zugeben ist lustig sowas zu machen seine eigene Wohnung und so zusammenstellen aber am besten das ist so ein Windows-Blatt also so ein Abbausblatt da könnt ihr super toll durchsehen gibt es glaube ich in jedem Bastelgeschäft und so kann man sich das kaufen einfach oder fragt mal eure Lehrerinnen in Genz oder so wo ihr vielleicht so habt die besseren Zugangsmöglichkeiten wie ihr und fragt einfach mal und ja das war es auch relativ oder ja das ist ein Bauplan 1 zu 50 ist der dargestellt also das ist 50 mal 1 zu 50 kann das natürlich noch rein lasst mir lieber und natürlich nicht vergessen die Leuchten wird mit X gezeichnet und das Ganze und dieses Blatt Papier habe ich für was hergerichtet fällt mir jetzt nicht genau ein aber ist auch egal falls ihr da das ist eigentlich so mehr ein Frage Video was ihr vielleicht fragen wollt ob euch das interessiert oder so dies weiß ich nicht genau deshalb ja Fragezeichen die drei Fragezeichen ist eigentlich nur Copywriting ja falls ihr noch Fragen oder ob euch dieses Thema überhaupt nicht interessiert und euch nichts weiteres auszuheben soll gar nichts dann schreibt es mir in die Kommentare und ja diesmal ja alles ein bisschen schneller also nicht lang rumgeredet ich rede schon wieder um den heißen Preis ich weiß es doch aber ja so ist es halt im Leben tja ich wollte nur noch das wiederhole ich mich sicher nicht also ja kann ich nur sagen tja dass ihnen das Outro wie er ist da dann angebracht wie immer schreibt mir alles in die Kommentare ob euch das gefallen hat lasst mir auch wissen und so und ja Frage Video für Bauplan würde ich sagen heißt das Video ob ihr euch sowas erklären lassen wollt oder ob euch das überhaupt nicht interessiert ja lasst mich wissen ähm und ja das war wieder eine tolle Folge und ja jetzt kommt das Outro meine Friends Leute das war das Video über Baupläne und ja hier ist das Outro hier ähm oben rechts ähm ja ja oben rechts oben links ja ist egal es ist beides groß genug also einfach auf das große Abonnierzeichen drauf und daschen bis das Balken grün wird und ja unten ist doch rechts das vorletzte Video also 50 Abonnenten Special und ja viel Spaß kann ich eigentlich nur mehr sagen für das restliche Wochenende und so es kommt noch ein Video raus wo ich noch was Technisches erkläre weil ich bin grad voll in der Stimmung dafür und ja das war's noch wieder Wittmaster27 bis zum nächsten Mal Tschüssi Kowski meine Friends bis zum nächsten Mal Tschüssi bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal